Folge 19 in The Last of Us und wir haben das Spiegel in der Haus gefunden. Ja, es geht weiter. Das ist ein altes Sensibelchen. Putsch doch mal. Ich kann ihn natürlich nicht einfach so liegen lassen. Das müsste doch hier alles mitgenommen werden. Alles hier feinstes Zeug. Ich will jetzt mal gucken, hier hinten könnte man da hoch oder ist das da nur so? Ah, schade. Das wäre natürlich cool, wenn man jetzt hier hätte irgendwie die Leiter da hochgehen müssen. Gibt hier noch irgendwas? Nope. Ah, doch. Werkzeug. Ja, ja. Ich wusste das bestimmt nicht, aber Schrauben kann man, wie ihr seht, für alles benutzen. Wenn man nämlich Schrauben benutzt, kann man sich eine Waffe bauen. Ah, ja. Das ist so. Gar nicht so einfach. Äh, gar nicht so schwer zu verstehen. Funny, funny. Ihr seht schon, der Eiffel ist heute sehr sarkastisch. Ähm, was haben wir hier? Das sieht gut aus. Noch mehr. Dann haben wir hier natürlich ein Fireflychen. Die habe ich schon ewig gesucht. Dachte, die werden schon längstens mal wieder aufgetaucht. Das ist eine gute Frage. Eric Riggs. Eric Riggs ist hier. Hier ist seine Marke verloren. So, dann können wir, glaube ich, jetzt weiter, oder? Jetzt haben wir alles abgegrast. Platz, Ellie. Ja. Joel, ein bisschen mehr. Ein bisschen freundlicher wäre nett gewesen. So, da hinten ist auch nichts mehr. Also, da los. Was sieht hier aus? Es wird natürlich dunkel. Es gibt nichts Besseres. Hier ist auch nichts. Oh. Ja, ich brauche bestimmt dieses... Teilchen hier. Was haben wir da? Was ist denn das für ein Eingang? Ah. Zugerostet. Hier kommen wir nicht durch. Und wie. Ich habe nämlich schon die Lösung. Hier auch. Vielleicht kommen wir rüber. Was ist denn das für ein Eingang? 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 Oh. 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 War noch gar nicht so schwer. Nicht das, was ich wollte. Was geht? Oh. Ich wollte es. So. Dann kommen wir hier zumindest weiter. Oh. Okay. Dann benutzt jemand Solarzellen für Strom. Komm her, Eingang. Okay, wir sind drin. Komm, Kleine. Gib mir die Hand. Na, bitte. Danke. Das sieht auf jeden Fall nach Strom aus. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das ist eine Werkbank. Das ist noch ein besseres Zeichen. Was haben wir hier? Werkzeug. Das war es schon. Hier noch irgendwas. Theoretisch kann ich hier eigentlich gar nicht mehr... Okay, hier ist es gut. Oder kann ich? Ich hebe es mir, glaube ich, besser auf. Nachladegeschwindigkeit, Rückstoß, Feuerwarte, Nachlade-Tempo. Das brauchen wir nicht. Nachladegeschwindigkeit, Rückstoße. Kann ich nochmal alles unmöglich austauschen? Nein. Nein, 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 nein. Wir warten. Wir warten, wir warten. So. Let's go. Let's go. Let's go. Pillen. Stofffetzen. Und Wasser. Und Stofffetzen. Sehr schön. Das brauchen wir unbedingt für Mollis. Ja, da geht es auf jeden Fall rein. Lag hier noch irgendwas rum? Nope. Da lag auch nichts rum. Gucken wir doch mal. Mhm. Ja, warte, Ellie. Juhu. Fireflies? Euer Heilmittel ist hier. Ist das her? Gute Idee, das so rumzuschreien. Ja. Hätte ich jetzt aber auch mal gesagt. Ellie. Position ist eigentlich immer gefährlich. Auf jeden Fall gibt es mal hier nochmal ein bisschen Werkzeug. Wo geht es hier hin? Aha. Das machen wir natürlich immer gerne. Also Opfern ist immer auch ein Vorteil. Denn da gibt es Zeug. Angefangen bei dem hier. Improved Radius. Bombe. Verbesserter Bombenradius. Die korrekte Verwendung eines Brandsatzes ist wichtig, um eine wirkungsvolle Detonation zu gewährleisten. Hm, 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 hm. Das Persönsradius zweimal. Und seht ihr das, was ich sehe? Beauty und full. Perfekt. Das nehmen wir doch gerne mit. Und dann hier ein Haufen Zeug. Ja, 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 ja. Was ist das? 50 Waffenteile. Alle Teer. Und da hinten noch viel mehr. Ach, ist das Schlaraffenland hier. So, Monies brauchen wir leider nicht. Habe ich schon gebaut. Sehr, sehr schön. Das war jetzt sehr ertragreich. Vor allen Dingen kann ich jetzt mehr aufmotzen. Das machen wir gleich. Da freut sich der I-Fly. Halt, da ist noch was. Ja, noch mehr. Ja, damit. Hier noch irgendwas rum, was ich übersehen haben könnte. Das sind Look-Like. Hinten haben wir schon alles geholt. Aha. Sehr gut. Okay, dann an die Arbeit. Ja. Und was motzen wir auf? Natürlich nur das Beste. Den Schaden. Das wäre nicht schlecht. Kann man hier den Schaden erhöhen? Nee, aber hier kann man den Schaden erhöhen. Nein! In dem... Den... 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 Den Bogen. Und zwar Reichweite. Die wollen wir. Wir brauchen einen Silence Killer. Und dann noch das hier. 145... Ziel-Tempo. Ja, putzen. Und schon wird das Ziel-Tempo besser. Noch nicht so schwer. Gut. Dann haben wir den gemacht. Jetzt wollen wir nochmal gucken, was wir hier machen können. Feuerrate. Nach nach dem Tempo Feuerrate. Nee, dann nehme ich lieber die hier. Und wir erhöhen hier den Schaden. Entweder der Schaden plus 50% oder das Ziel von Ruhe... Beides wird es noch reichen. Nee, 60. Egal, Schaden muss her. Ja, Schaden hat Vorrang. Ich lade lieber einmal länger nach. Aber ein erhöhter Schaden ist einfach wichtiger. Neuer Lauf. Haha. Verlängerter Lauf vor allem. Nee. So, jetzt haben wir auch das neue Werkzeug, das wir benutzen können. Yeah. Das finde ich geil. So was mag ich. Detail, aber trotzdem ein schönes Detail. Ah. Damit. Fünf fehlen mir noch. Egal. Wird gespart. Das ist doch ganz gut. Du sagst es. So, unser Bogen ist jetzt on fire. Der Rest ist hoffentlich auch on fire. Hier liegt noch irgendwo fünf kleine. Vielleicht hier hinten. Hier klein. Ah, hier. 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 No. Na gut. Fünfmal Werkzeug. Echt jetzt? Das ist echt nicht nett. Well, well. Was haben wir hier? Bestandsliste. Nichts Nützliches. Hier ist nichts außer medizinischem Krempel. Ich kapier's nicht. Sieht aus, als wären sie überstürzt geflohen. Vielleicht nicht alle davon. Bleib in meiner Nähe. Das ist immer so doof, wenn man lässt sich dadurch immer ablenken. Durch diese ewige Looterei. Hey, war da oben jemand? Na schön. Hau mal auf, Ellie. 1, 2, 3, 4. Das ist gut, oder? Verräterisch aus. Nothing hier. Auch nichts. Was haben wir hier? Pillen. Müssen wir doch eigentlich jetzt auch jede Menge Pillen haben. Was haben wir hier? Das ist immer eine kleine Überraschung, oder? Na ja, hier kommen bestimmt noch irgendwelche Leute. Das Ding für mich typisch. Hier liegt so viel Zeug rum. Also im Sinne von Flaschen. Ist das hier hinten noch eine Tür? Ah, von hier sind wir gekommen. Na schön. Weiter geht's. Hier noch was? Da. Munition. Äh, das ist... Hier kommt irgendwas noch irgendwie. Wenn ihr mich fragt, das könnte übel enden. So viele Steine hier, das kann doch... Mist. Ähm, das sind dann wohl Klicker, ja? Nein, Klicker verstecken sich nicht. Ah, hier ist schon drin. Oder doch. Aha. Eine Liste. Ah, nee. Oh. Äh. Rundgebilder des Pilzwachstums im Hirn des Patienten. Na, guck. Immerhin haben sie hier geforscht. Da haben wir die Gauner. Immerhin keine Klicker. Feierfleiße auch nicht. Tja, vielleicht sind sie beim Experimentieren zu Affen geworden. Weiter suchen wir. Wir werden das finden. Ich denke auch. Oh, was ist das? Oh. Vier Paletten. Laborausrüstung verpackt und transportbereit. Tja. Die Frage ist, was passiert jetzt mit euch? Sie wollen die Infizierten einschläfern. Wie ich das finde? Scheiße ist das. Ihr habt euch mehr eingesetzt als Sie. Ja. Wenn irgendwer die Freiheit verschieben hat, dann hey, langsam. Ach, Mist. Oh, nein. Oh, nein. Der beißt. Oh, mein Gott. Der war wohl infiziert. Das sind also infizierte Affen. Ich frage es nur, wären sie tot? Oder haben sie das sogar überlebt, dass das Affen überleben, aber nicht die Menschen? Ja, haben wir es. Er hat sich selbst geschossen. Wenn sie die Firefly suchen, sie sind weg. Tja, was du nicht sagst. Ich bin tot. Oder bin es bald? Ich hatte Zeit nachzudenken. Es gab Jahre, da schienen wir etwas zu... ...ganze scheiße reine Zeit verschwinden. Das nicht mitmachen. Die anderen suchen. Sie sind im St. Mary Krankenhaus in Salt Lake City. Sie finden sie dort. Dabei die Welt zu retten. Viel Glück damit. Weißt du, wo das ist? Ich kenne die Stadt. Ist es weit weg? Das ist ziemlich weit. Vielleicht mit einem Pferd. Was? Sind das Fireflies? Deckung! Was sind das für Typen? Ganz egal. Wir haben ein Ziel. Machen wir, dass wir wegkommen. Natürlich. Wo kommst denn du her, du Spinner? Jesus Christ. Ist noch irgendwer? Geier, bin ich denn hier gelandet? Also kriegen wir die Axt. Jetzt soll's. Rechtlich. Ich kann die Axt auch aufmutzen. Okay, das ist so lustig. Das muss man schon fast machen. Okay, weiter geht's. Wer will, wer will. Wer hat noch nicht. Kommen sie. Die kommen vor allen Dingen auch von rechts. Wir müssen aufpassen. Ist er da drüben? Er ist weg. Oh, scheiße! den außen rum hat doch gesagt jetzt noch irgendwas faul hinten das was sie sagt machen wir mal Gas da gleich mal unseren neuen Bogen ausprobieren Blutiger Spaß. So. Gut, das haben wir. Jesus, woher kommen so viele? Haltbarkeit eines Pfeils wäre ganz nützlich. Da ist noch einer. Was von der anderen Seite. Ja, komm. Wir haben noch genug Zeug für ein Messer. So, liegt hier noch irgendwas Feines rum? Nein. Nein. Gut, aber wir müssen hier runter. Das Rennen ist noch ein bisschen schwierig. Hat sich das jetzt gemerkt, oder? Ah, okay. Nun denn. Ähm. Ja, komm. Wieso ist der zuerst dran? Ich war zuerst. Ja. Ah. 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 so machen wir jetzt schnell mit mit Was soll ich jetzt tun? Lauf! Was? Lauf! Mist! Du musst mich hochziehen. Okay. Okay, bereit? Eins, zwei, drei! Zieh! Okay, okay. Gehen wir einfach zum Pferd? Scheiße. Au, au, au. Da ist keiner. Weiter. Joan, wie geht's dir? Ja, das würde ich nicht behaupten. Ja. Okay. Oh Gott! Komm schon! Oh! Scheiße. Mist! Okay, du bleibst hier. Ich komme dann von der Seite. Ellie! Du hast meine Freunde getötet, Arschloch! Na los, raus da! Machen wir es auf die harte Tour! Du klacken Bist! Oh Mann. Mist! Wir müssen dich hier rausschaffen. Ich bin okay. Das bist du nicht, Joel! Und jetzt komm! Oh, scheiße. Mach schon! Hier ist keiner! Schnell! Du machst es gut. Nur weiter so. Oh Mann. Hier, halt dich fest. Nein! Kannst du laufen? Ja. Dann lauf doch auch! Oh, Pferdchen. Ja, ist der Ausgang. Nur noch ein kleines Stück. Komm! Ich habe schon lauf. Hey! Hey! Joel! Im Scheißen. Was? Ellie! Oh Mann. Sie ist bewaffnet! Vorsicht! Hey! Oh Mist! Oh Mist! So kleine Ratte! Ah, scheiße. Oh, Pferd. Joel! Hier! Steh auf! Oh mein Gott! Leg den Arm um mich! Okay, wir gehen. Ich schwöre dir, wann wir das schaffen! Wirst du für mich singen! Träum weiter! Warte! Ich öffne dir die Tür! Es geht halt. Los, komm! Oh Scheiße. Es geht doch. Oh Scheiße! Scheiße. Ei, 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 ei. Er hat's uns also böse erwischt. Kommst du hoch? Los! Ich glaub, hier sind wir sicher. Joel? Joel? Scheiße. Scheiße. Hier. Ah. Steh auf, steh auf, steh auf. Sag mir, was ich tun soll. Komm schon. Jetzt steh ich schon auf. Joel! Winter. Kalt. Uh. Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Tja, und jetzt sind wir Ellie. Wie kommt es dazu? Das denke ich mal, werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Bis dann, Freunde.